Nein, äh, Jinkse, ne? Rein, aha So, das ist ein Trick-Battle Bevor du dich wieder denkst Ein Skateboard? Nein Doch, nehmt ein Skateboard, äh, Dings What the f... Das muss ich abspeichern, das kommt auf YouTube Man, ich lande einfach nicht mehr, aber okay Du landest nicht Du bist also nicht von der NASA und hast hier, äh Irgendwie Raumschiff-Technologie Egal, durch iMove hab ich dich einfach getäubt, Alter Getäubt hab ich dich mit iMove Getäubt Aua, vor allem ich hab auch nicht mehr diese Dings an, ne? Wie du Dieses Helfen beim Landen Hab ich schon lange nicht Jaja, komm Jinks wen anders Ich hab auch die Steam, äh, Dings drin Steam-Steuerung Ja, fahr außer mir hat wohl Arsch Ja, und genau deswegen schaffst du hier auch nicht viel Weil dein Charakter hört das Ja, ich darf hier nicht mal springen unter der Unterführung, mach ich einfach mal den Kopf dagegen knalle, Alter Auch schnell knapp, ja Wie viele Punkte hast du insgesamt? Äh Äh Jetzt hab ich 133.900 100 133.000 Scheiße Mein Charakter hängt fest Ja Was? Der Punkt, oh, als ob das nicht zählt, das ist doch scheiße Ein bisschen drin, okay Nee Ich hatte gerade einen Baba Trick, mit dem hätt ich dich überholt Wie viele? Warte Du siehst doch unten, wie viel ich mehr habe als du Nee Ja Bei mir ist es verpackt, ich sehe es nicht Ich hab Auch plus 15.000 hast du mehr Ja Oh ja Ist ja scheiße, du haste unfair gewonnen Ah, gerade dann ist das, wie man was wollte Ja Sonst hätte ich mich längst über 40.000 gehabt Ja Ja, wir können doch mal Ja Ja Dann siehst du Okay, los Na, mach mal gleich Glaub's nicht, ne? Ja, ja Komm mal hier Komm, komm mal hier Ja Mama Mama gleich Oh So, ich find's auch wieder geil Ja Alleine der Helm ist schon cool So, da nochmal Mama 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 Hä? Ich hecke, ne? Hm? Ich hecke. Oh ja. Du heckst sowas von. Du dreckige Walzer. Stüssko. Guck mal, das war gerade schon ein Zehntausender-Trick. Ja. Ja, glaubst du nicht, ne? Ja, zeig ich dir jetzt. Ich hufte. Mit, Siegge, und ich hufte. Wom, Badum. Aua. Nicht nett. Sieht so aus, du machst schnörnass. Einzige, was du hier nass machst, ist dein Bett heute Abend. Ja, weil ich mir vor der Einbrei... äh, Freunde mit Bräudenpinkel mache. Oh, manche Tricks sind aber auch wirklich... ein hartes Pflaster. Scheiße. Siehst, wie ich dich nass mache. Scheiße, der Bräudenpinkel ist richtig geil gewesen. Weil ich fünf Fühls hintereinander gegrindet habe und zwischendrin immer Tricks gemacht habe. Aua. Das, äh, hat mich schön auf die Schnauze gelegt. Au, Mann. Muss ich gestehen, das war scheiße. Mann. Ich mach mir den automatischen Modus wieder an bei Tricks Sessions. Das ist ja ekelhaft. Ich glaub dir dann gar nichts. So, 21 hattest du eben, ne? 1000. Hm, irgendwie so. Oh, äh, 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 äh. Oh, äh, äh, äh. Oh, äh, äh, äh. Boom. Boom-furzen. Das hab ich nicht mehr als 21.000, glaub ich. Oder? Oder? Ja. Komm. Komm. Äh, 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 was? 25.000. Mir geht's gut. Lass einen rauchen. Ja, krass.